Hat er gelacht. Ja super, ich hab Aufnahme gestartet. Boah. Cool. Du machst meine Hand kaputt. Komm her! Warum stecken das Gott, ey? Was geht denn jetzt? Ich wollte keinen Countdown setzen, sorry. Warum steht da Zerstörung? Wo bitte? Was geht hier? I don't like it. Was geht hier vor? Hilfe! Oh Gott! Was passiert denn hier? Keine Ahnung. Das ist nicht nett. Wenn wir denn hier hochkommen, die sind witzig. Oh, Portal! Äh, genau, weg. Da? Und... Ne. Ne, das wollte ich auch nicht. Boah, ich will da eins hinhaben. Da. Ich hatte doch noch gerade welche. Ja, aber... Und was haben wir, wenn wir da oben sitzen? Ich weiß es noch nicht. Ähm... Das bringt doch absolut gar nichts. Schick mich mal da rüber. Keine Ahnung wie. Ja, wie denn? Weiß ich nicht. Das geht doch nicht. Warte mal, ich stopp mal ganz kurz Aufnahme. Moment. Ach, jetzt lief meine Uhr weiter. Na ja, egal. Äh... Kannst du nicht mein Portal ersetzen und da einzeln machen? Ich mein, ich hab keine Ahnung. Dann fällst du aber wieder runter, ne? Ähm... Ähm... Warte mal, ich hab ne Idee. Jetzt kommt's. Mach doch mal dein Portal da unten hin. Und lass dich hochschweben. Ähm... Welches ist das rote Ah? Also was? Und dann... Ähm... Ja? Ja. Ja, ich warte, ich überlege gerade. Aber du schickst mich schon mal hoch, ne? Ja. Schieß dein... Nein, warte, stopp noch nicht. Ja, ich mach noch nichts. Und jetzt erschießt du gleich dein zweites Portal... Was heißt zweites? Das gelbe? Das ist gelbe. Ähm... Na, das hat nicht funktioniert. Was tust du?! Mein Ding... Mein... Mein Portal-Ding war zu langsam. MEIN DING! Du bist so in der Socke! Ähm... Soll ich bitte das selbe machen? Ja, bitte. So, please go ahead. Warte, ich komm mal dahin, dann komm ich doch bis da drin. Oh Gott, ich hab Angst. Ich werd gleich wieder zerstört, ich weiß es. Trotscht, ne? Na, sagst du's so? Ja. Dein gelbes. Ja. Achso, ach, äh, sorry. Ich verstehe sie langsam, was du machen willst. Wo bist denn du hin? Ich steh hinter dir. Warum? Ach, du bist drüber weggeflogen? Ja, genau. Okay. Und deswegen mein ich grad, ich weiß so langsam, was du machen willst. Nicht gut? Hallo? Warte. Warte. Ja, ja. Stress mich nicht. Ich denke. Fertig? Ja, schon lange. Mach. Ja. Oh Gott, willst du da stehen bleiben? Ach du Scheiße. Ich bin nicht schnell genug auf dem scheiß Schalter hier drauf. Hallo! Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Mach mal bitte. Musst du wirklich von da schießen, anders kommst du nicht ran? Ich komm auch von woanders ran, ja, aber ich muss auf diesen Schalter rennen ganz schnell. Ja, ich meine, wenn du dich da so hinstellst. Ja, ne, dann seh ich, dann, das bringt nichts. Das meine ich nicht. Du musst wahrscheinlich doch wirklich da so stehen, ne? Okay. Äh... Was? Was? Oh! Was denn? Ja, ich will vielleicht jetzt? Ja, nein. Ich bin überhaupt nicht fertig. Warte, aber du stressst mich nicht. Ich teste die gerade noch. Ich warte jetzt einfach auf dein Kommando. Ja, bitte. Ja. Okay. Ich darf? Ja, bitte. Tschediluluu. Ich bin wieder da. Ja... Wer ist denn? Hm? Warte, ist das? Na, das ist auch nicht besser. Okay. Und was ist, wenn ich da mal eins hinsetze? Ja. Und dann? Dann klatsch ich doch dagegen. Und dann musst du dein Portal dahin, oder so. Oder auf jeden Fall, dass ich dann in diesen... Ja, da muss ich deins her... Das hab ich auch grad überlegt, aber ich wüsste nicht. Masturbieren. Warum lässt du mich denn runterfallen? Ach so. Mach dein Portal... ...dahin genau. Genau. Und dann stell ich mich da drauf und dann musst du das... Nein, das geht auch nicht. Ich muss dir auf jeden Fall dagegen klatschen. Und dann in den blauen Strahl. Und das... Ja, aber du müsstest dein... mein Portal da ersetzen und dann muss ich meins da hinschießen. Mach mal. Du musst mal das... also mein Dunkelglas muss jetzt durch deinen... Huch! Nein! Doch! Yeah! Ja! Warum wir das gemacht haben, ich weiß es nicht. Ne. Hallo. Ähm... Jetzt muss ich doch schon mal hier oben bleiben, oder? Ja, warte, ich hol das Ding runter. Ich dachte gerade, du stürbst und fällst hier unten rein, oh mein Gott. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Oh, okay, das reicht nicht. Was machst du, oh Quatsch? Ich habe ausprobiert, ob es reicht, wenn ich da runter springe mit dem Sturm. Oh nein. Ähm, dann mach dein. Ähm, was muss ich tun? Ja, warte, ich muss gerade erstmal hier hoch. Ich muss gleich mein Portal ersetzen, mein, ähm, welches, mein dunkelblaues. Ah so, okay. Und dann... ich mach jetzt, ne? Okay. Nein! Ich hab die falsche Taste gedrückt. 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 Ach verdammt! Huch! Machst du jetzt? Ja. Machst du jetzt? Zwei! Ja! Zwei! Wääh! Wääh! Zwar ist für diese Tests Teamarbeit nötig, aber ich glaube nicht, dass ich euch im Zweierpack vertraue. Warum nicht? Die ist doch freundlich! Ja! Wie immer. Wie immer. Die Banane. Ich versteh nicht, warum die P ist. Keine Ahnung, und warum du Atlas heißt. Das weiß ich auch nicht. Irgendwie komisch. Ja, und hier müsstest du B sein und das A passt bei mir. Aber dann müsstest du noch Apfel heißen. Oh, das hat sogar neun Kammern. Mhm. Okay. Ich habe leider den Anfang verpasst. Ich erzählte gerade der Demontageeinheit, dass ihr immer menschlicher werdet. Wir denken es gleich. Na? Ey! Oh Gott. Das weiß ich auch nicht. Aber wir gehen einfach schon mal rein. Also da oben ist so ne Laser. Und hier muss man ne Kugel abfangen. Wo bitte? Mach jetzt nichts! Unüberlegt! Mach ich nicht! Ich rauf! Hä? Da oben! Da oben! Ach so! Und wo ist der Schalter? Da oben! Jetzt! Ah! 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 Ich weiß auch nicht wo der Schalter ist. Seh ich nicht so drinnen? Seh ich nicht so drinnen? Ah! Der ist da drinnen! Da oben drinnen! Ja! Okay! Dann musst du dein Endesportal dahin machen. Und... Also? Was ist das von der Höhe? Stimmt, ne? Ja, und du? Jetzt muss einer von uns, ähm, wieder rüber. Warte, ich mach mal gerade. Doch! Ich komm nicht rein! Komm nicht rein! Komm nicht rein! Haha! Wuh, hey! Ich bin drin! Das klingt schon wieder so versaut! Haha! Du sagst das immer wieder! Ja! Oh! I have to go higher! Nein! Ich muss das ein bisschen höher setzen. Ich hoffe, ich warte das so lange. Ja! Ähm, so. Gott, ey! Warum muss das nur so lange dauern? Ah, das sieht... Hm, das ist zu weit dann das Ding. Das könnte ein bisschen cooler sein. Ah, das sieht gut aus. Okay. Uh, hey! Ich bin da! Okay. Dann, ähm, würde ich sagen, beenden wir den Party erstmal. Okay. Und... Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!